Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Stappenbach-Challenge-Projekt mit dem Herrn Manus und dem Herrn Sachsen, hallo. Mahlzeit. Hallo. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Warte mal, Tino, ich glaube, ich habe dir gerade ein Blödsinn erzählt. Warte mal. Ist es doch dein Anhänger? Nein, 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 nein. Was denn dann? Ah, du wirst den Kuhstein nicht kaufen, war nur ein Scherz. Du hast ein Prank. Nee, warte mal. Ich glaube, mein Kini-Bad steht bei mir im Hof. Also meiner ist es hoch. Ist es meiner, oder? Der beim Händler ist sicherlich deiner. Wenn es meiner nicht hieß, dann muss irgendeiner aus Versehen zurückgesetzt haben. Das ist möglich. Ich werde jetzt etwas verkaufen. Was? Bitte? Heu-Pellets. Was? Heu-Pellets? Nein. Okay. Kommst du drauf. So, ist das dein Anhänger, der da oben voll ist, oder ist das noch meiner? Das ist meiner. Das ist dein Anhänger. Äh, ich werde die Krone Ultima verkaufen. Ja, das sage ich dir dann, wenn ich auf dem Platz stehe, komme ich nicht raus. Aber Werner, ich habe bei dir in den Kommentaren auch gelesen, dass Krone Ultima durchaus schneller fährt. Weiß ich, habe ich auch erprobt. Funktioniert. Ja. Aber... Das hat für mich keinen Sinn mehr. Das hat für mich keinen Sinn mehr. Warum? Warum nicht? Weil ich jetzt fast alle Grasballen wirklich wie die Schafe baue. Und den Kuhstall. Und die Kuhstall, natürlich. Hm. Irgendwann musste man seinen Plattform-Anhänger aufräumen beim Händler. Den was? Plattform-Anhänger. Plattform-Anhänger. Steiner, da wo die Heupallets drauf waren, abgepackt. Was? Nochmal bitte. Jetzt habe ich das echt nicht verstanden. Dein Anhänger, wo die Pallets drauf waren. Die Paletten. Wo steht der? Beim Händler. Ah. Bei dem Verkaufspunkt der Heupallets. Steht den Weg quasi. Richtig. Ah, dummes Ding. Will ich direkt machen, wenn ich Zeit habe? Also nie. Nein, gar nicht. So, Corona-Ultima. 115.500, also 116.000. Neu-Preis. Neu-Preis? Hat die schon den Dings hier? Nein, sie hat keine Automatikfunktion, muss manuell nachgefüllt werden. Neu-Preis war 145.000. Das heißt, fast 30.000 spart ihr euch. Hat die nicht so eine Sache gehört? Ja, nein. Meinerseits bin ich zu der Entscheidung gekommen. Im Großen und Ganzen, dann im Namen des Volkes. Okay, folgende Sorteil. Ich spreche hier für nein. Okay, Pino. Das muss passen. Und nein, ich muss nicht das L.U. fragen, liebe Leute. Ich habe mir auf die Idee. Ich darf dann auch in meinem Kommentat. Gemuttert, L.U. fragen. Maschine kaufen wollen. Ja, haben nur 10 Millionen, die wohl ist. Ja. Ich will sicher meine alte, ewige Kronen-Ultima kaufen. Ach, komm schon. So, da ist er schon. Genau, genau, vorne die Ernte, nein. Ready? Du Blöder. Was ist da los? Ach, Alter. Geht's aber auch gerade bei dir da? Ich habe das schon gesehen. Das ist so unfächer wie ich. Der ist doch völlig neu gefahren. Nur bitte, aber es hat gereicht. Das hat gereicht. Weine, das Ding ist schon ein Knicklenker. Ja, das war wahrscheinlich entweder außer Kontrolle oder Leck oder... Nee, Rückwärtsgang nicht beherrscht. Es waren jetzt nur drei, vier Halme, aber trotzdem. Ach, ja. Ich habe einen Bock auf morgen besser. Was hast du? Ähm, wir haben morgen, morgen um 18 Uhr einen Termin. Äh, wir kriegen, in der Nähe, wir, wir kriegen, äh, wir kriegen neue, ähm, wir kriegen neue Müll, ähm, Müllschleusen. Was ist da? Hä? Und, ja, ja, wir haben, wir haben ja hier für Plastik und Papier und die ganze Scheiße haben wir ja diese großen Tonnen, ne, die du halt aus solchen Wohnblöcken kennst, ne, Standort. Ja. Aber, Rest, aber wir haben für Restmüll, haben wir halt Schleusen. Und, ja, ja, es wird Zwickau und Müllschleusen. Hier ist ein Ex, hier ist ein Ex-Rasse. Wir stehen halt überall in der Stadt, ist ja klar. Könnt ihr kurz unterbrechen, Randy? Ja. Verkaufe einen, äh, T127. Gibt's da noch ne Morgere dazu? Oh, Mann, Jungs. Einen Osos Automatik, äh, Ballenladewagen. Für Rundballen. Ach so, den, den Rundballenladewagen? 30.100 Blar, also 31.000 würde ich machen. Danke. Bitte. Randy? Nö, nö. Nein, nein, nein. Naja, auf jeden Fall. Ja. Entschuldigung. Na genau, und da kriegen wir auf jeden Fall neue. Und da kriegen wir auch neue Transponder. Also sind solche, äh, wie strich ich das aus, ne, wie solche, äh, solche Sticks, ne, die musst du da reinstecken, beziehungsweise abscannen lassen, sonst geht das Ding nicht auf. Und, ja, das sind nur alles neu, müssen nur alles neu gemacht werden. Und dann machen die morgen wirklich mit drei oder vier Wohnblocks immer hintereinander weg Einführungen und Übergabe von den neuen Dingern. Das läuft. Ja. Muss man das haben, oder muss man das, äh... Also, sagen wir mal so, Teilnahme, mehr oder weniger ist es Pflicht, ähm, weil das Ding, was du kriegst, musst du halt unterschreiben, weil das ja einen gewissen Wert hat. Absolut, ja. Und, an alles, und das Problem ist, das liegt genau auf 18 Uhr. Und ich streame von 17 bis 19 Uhr. Ja, dann hast du keine Zeit. Ja, das ist ja das Problem. Dann gibt's, in dem Moment, dann gibt's einen Alternativtermin. Ja. Erst genau eine Stunde später. Ha, lol. Naja. Und da hab ich mir gedacht, ne, gut, da muss ich uns zwei Morgen vorschieben. Oder zwischendrin einfach mal kurz sagen, okay, wir machen kurz Pause. Das ist nämlich drei bei mir, äh, unten kurz zur Straße rüber, bin ich da, weißt du. Mal kurz rausgehen, mal brüllen, dass sie das Ding rüber schmeißen sollen. Dass ich dann dämmig wieder reingehe, weil mir braucht keiner erklären, wie so eine hässliche Müllschlose funktioniert. Zumal ich sie so gut wie eh nie in Anspruch nehme, weil ich so gut wie keinen Restmüll habe. Ja, aber jetzt guck mal, Reggie. Okay, da gibt's natürlich auch sicher Leute, wie zum Beispiel deine Tante oder deine Mutter, die da technisch nicht so begabt sind, sag ich jetzt einfach mal. Hast du schön gesagt. Also, ich finde das schon gut, dass sie das machen, aber klar, wenn du sagst, Jungs, ich halte das Ding dran, die Tür geht auf, schaffe ich gerade oder so, würde ich da nicht hingehen, ganz einfach. Das ist richtig. Also, da würde ich mir jetzt keinen großen Kopf drüber machen. Äh, ach, ist auch zu mehr Luft. Verdammt. So, ich könnte aber... Hat das mit dem funktioniert? Weiß ja nicht mehr. Was kostet nochmal so ein Plattformanhänger? Ich... Anders machen, haha. So, äh, ja, jetzt muss ich auch nochmal da hoch. So, äh, ja, jetzt muss ich einfach da hoch. Äh... Äh... ne ich suche was auf der karte basenführung hier ist echt der wahnsinn stammen wach cool gemacht ohne frage aber es ist schon so jungs jetzt wird kohle gemacht jetzt werden die pellets weggebracht jetzt werden die gemacht ich werde heu pellets verkaufen jetzt werden die pellets hier der gras alter die hat die laden das ding dreistöckig ja ja die haben auch nicht alle laden am zauern also geht wunderbar ein bisschen sagte aber das ist ja genau nicht meins ne lage kino ja bist du einfach in den schweger gefahren und gut ist oder musste dann mit von da doch mal operieren kommt auch an also mit der hand geht es auf jeden Fall nicht ist verboten das weiß ich ist dein plattformanhänger mittlerweile verkaufe heu pellets dose ja achso meine Anhänger ja und nun wir uns an wann war das genau ist eine sehr gute frage könnte 1949 beziehungsweise 1951, 1952 gewesen sein der auftakt des kalten kriegs damals nannte man das ganze Wettrüsten heute im Jahr 2018 nennt man es Wetterhöhung wer von beiden wird jetzt schnellstmöglich das meiste geld ansammeln bleiben sie gespannt dabei also du meinst immer noch betreffend des Kuhstalls natürlich aber Tino das wird nichts du musst ihn zurücksetzen weil die Deichsel vorne hat sich so verdreht dass das Anhänger im Maul nach hinten schaut oh echt ja ich wollte ihn jetzt ein Stück weg schieben aber das geht nicht weil die Deichsel ist komplett verdreht vorne ok warte setz ihn zurück bitte bitte nicht meine der steht genau unternehmen äh kann ich die unterscheiden dumm gefragt nein ja ja warte ich fahr ein Stück weg ok dann bis es ist safe warte bin schlecht ähm hinterher so ich ja bin jetzt außerhalb des Geländes wieder hast du? nein admin anmelden oh die ganze Zeit ja ich ich ist auch meine Zeit ja sehr gut danke ich hatte mal ein Gewicht haha damals ich hatte mal ein Gewicht oh lol oh lol oh lol oh lol randy ist ganz ruhig füßt das im Schilde randy oder? oh lol oh lol oh lol komm mir die Augen raus glaube ich ja warum machst du mal das Ding zu? aber Werner du hast doch schon äh das Geld zusammen ne was nicht 625 680 oder? ich weiß gar nicht mehr ich hab's noch nicht zusammen aber gleich so hast du alles zugewiesen bei dir Tino? hast du hier gehört? ja ne? ah Entschuldige ich höre da irgendwie so ein MB-Tag oder sowas ah ja das Stappenbach-Ding ist jetzt nicht wieder unterwegs hier jetzt mal das erste ah ich weiß nicht wie es zur Strecke ist ich fue gef колfisch ich hab heute zu kurz ich bin Chad ach komm schon wackelt ganz schön mit den ganzen bist du als admin angemeldet ja ja ich habe fahrzeuge verkaufen müssen deswegen irgendetwas für die nächsten für den nächsten die nächsten felder meinst du hast gedacht so 696.000 jungs wie sieht das aus danach kommen 697.000 und 695 ganz schön an 700.000 ja ok trotzdem noch mal meine frage will wer von euch den kurschall kaufen jetzt möchtest du ihn jetzt kaufen frage an euch den möchtest du ihn jetzt kaufen könnt ihr den kaufen ja aktuell siehst du ja unsere konto stellen das nicht an ich bin einer von wenigen hier die sich das nicht angucken weil ich glaube dass ich jeden seine eigene sache sehr viel geld er hat ja also ich bin bei 360 k da bin ich was offen aber also den kuhstall würde ich natürlich irgendwie zusammenkriegen aber jetzt gerade in dem moment nein habe ich das geld nicht aber die frage ist trotzdem möchtest du den jetzt kaufen jetzt möchte ich nicht kaufen aber wieso fragst du jetzt einfach nur so dass man nicht kommunikativ sein hier möchte ja bevor du das schild anklickst und da die zahl rein haust und ende drückst ja das würde ich gern wissen bevor du ändern wissen bevor du ändern drückst warum 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 würdest du das gern wissen rein informativ natürlich nicht warum nicht weiß ich nicht deswegen war ich ja was dein plan ist aber warum sagst du dann natürlich nicht irgendwie kommen wir das irgendwie spanisch vor kann doch gar keine spanisch ich lass mir bis morgen zeit was du morgen verschieben kannst auf übermorgen das verschiebe auf über übermorgen genau ja ja jetzt aber mal zusammenreißen hier wenn die 1050er fände ist echt nichts für die karte also ist schon was für die karte aber der ist einfach so aggressiv sagte er und sprach mit einem im raum der am big bad fuhr hat halt schon eine unglaubliche leistung das muss man schon lassen hat Du 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 Forgive me Oh Gott Ich brauche echt neue Lieder, habe ich dir schon letztes Jahr gesagt oder? Ich kann die Ich nicht mehr hören Welche? Naja, ich habe ja nicht die LS-Mug, ich habe ja ein Ereignis von Epidemic Aber das wiederholte ich ja jetzt gefühlt auch schon seit ein halben Jahr Für immer noch ganz neue LS-Tut Nee, nee, das wäre mir zu doof Echt? Das wär mir richtig zu doof Ich bin gespannt, was wir im 19er mit drin haben, aber das Ist eine gute Idee, ich kann mal auf Popradio wechseln Ja schön, da sind immer sechs Songs, die nacheinander ablaufen Sind das nur sechs Songs? Ich glaube, ja Die gehen halt relativ lang, aber sind halt nur sechs Songs tja und wir warten und warten und warten auf was wartest du mein big bad dass der wieder mit dem trailer kommt dann einen anderen weg hier geben als wenigstens schon mal so nett und rammelt über die felder statt über die straße der wollte jetzt um arbeiten aufhören alter wenn sie die nicht dann irgendwann mal zu brachland machen alter was wollen die jetzt von mir ich werde das so viel arbeiten müssen also die bg eilig ist scheiße ich kann mich nicht beklagen hast du noch interesse an der anderen bg es wird mir oft gesagt das problem ist nur 30 oder 50.000 weniger wie die große anstatt 680.000 635.000 also bei mir ist gerade totesalarm mit lex was ist bei dir totesalarm im text mit lex ach lex, also totes lex ne, alles easy ey, kann manche straßen schildern ne poly haben der herrmann ist 80% ach ne, oder doch extra bisschen was geht weiter, oder? auch ein scheiß gewicht von dem mann alles raus lassen die ganzen emotionen wo junge sagt er so sein scheiß wie bad hier wegfahren was macht denn der hast du wenigstens mal bei mir gut bescheid gesagt dass die mitarbeiter auch den big bad setzen sollen der das kann bei mir ist das egal sagen wir es mal so solange der im nachhinein nicht kaputt ist was habt ihr denn schon wieder fühlt sich mit dem schilder ist ja nun kommt mit meiner power nicht klar ist jetzt nicht der schönste oder sagen wir so idealste traktor für so eine kleine bga aber doch kannst du machen kannst du nichts was macht ihr jetzt wir gar nichts mehr aber du könntest machen oder dann könnte man abmoderieren ja gut ja liebe leute sind fertig heute wenn es euch gefallen hat lasst gerne darum da morgen geht es nicht weiter mit einer weiteren folge hier auf der bach design macht es gut dass